Schon wieder Ärger bei den Wollnys. Jetzt schießt Nesthäckchen Loredana gegen ihre Schwester Kalanta. Der Familiensegen bei Familie Wollny hängt schief. Vor kurzem offenbarte Kalanta Wollny, 23, dass sie ihre Tochter Katalelia, 5, seit über zwei Jahren nicht mehr gesehen hat, und gab ihrer Mutter Silvia, 59, die Schuld. Angeblich wisse die Kleine, die von ihrer Oma adoptiert wurde, gar nicht, dass Kalanta ihre richtige Mama ist. Außerdem erhob sie schwere Vorwürfe gegen ihren Bruder Jeremy Pascal Wollny, 27. Jetzt mischt sich auch noch Schwester Loredana, 20, in das Familiendrama ein. Loredana Wollny schießt gegen Schwester Kalanta. Normalerweise halten sich die Geschwister bedeckt, wenn es um Kalanta geht. Doch nachdem unter einem Instagram-Post von Silvia und Katalelia eine wilde Diskussion über die Vormundschaft entbrannte, platzte Loredana der Kragen. Ihre Tochter, sie hat keine Tochter, schrieb sie unter anderem ein Unding für Kalanta. Einfach nur ekelhaft. Na dann! Schimpfte sie zurück und veröffentlichte einen Screenshot der Kommentare. Mittlerweile wurden diese wieder von Loredana gelöscht. Das sind nicht die einzigen Vorwürfe gegen ihre eigene Familie. Auch Silvia bekommt ihr Fett weg. Wie kann ein Mensch so sein? Über mein ADHS sprach man so, als würde ich deswegen alles öffentlich machen. Nein! Ich tat es, weil meine Mutter mir nicht zugehört. Ärzte Kalanta. Sie hat genug von der öffentlichen Schlammschlacht und will ihren Instagram-Account offline nehmen. Eine Versöhnung ist aber trotzdem in weiter Ferne. Kein Kontakt mehr zur Familie. Das bleibt auch so. Ganz ruhig. Vielen Dank.